Alright, jetzt ist meine Stimme wieder ein wenig besser. Endlich. Und dann gucken wir direkt mal, dass wir wieder zurücklatschen. Und unterwegs natürlich noch ein bisschen leveln, ja. Ganz klar. Also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht porten, ich gehe den Weg nochmal zu Fuß. Außer die Rätsel, die umgehe ich wahrscheinlich, ja. Die braucht kein Mensch. Würde ich ja mal so gnadenlos behaupten. Musik. Yeah, okay. Das sieht doch gut aus. Ein Traum hier. Das ist die Frage. Man kann sich natürlich zu der Höhle vorporten, ne. Vor Gebirgshöhle, genau. Und dann können wir natürlich die Gebirgshöhle auch noch umgehen, denke ich. Weil oben müsste ja dann auch ein Teleporter stehen. Und das machen wir jetzt auch. Wir laufen einfach wieder hoch. Treten allen in den Arsch, was so kommt. Und dann können wir, denke ich mal, endlich weitermachen. Wenn wir genug gelevelt haben. Hallo, Bitches. Läuft. Ach ja. Verwirrungsspucken. Da war so Glück daneben. Nice one. Ähm. Truff. Truff. Und Truff. Oh, er lebt immer noch. Gips. Ah. Truff. So, dann. 17.000. Schauen wir mal. Ja, der geht, der geht. Truff. Oh, Kampflust. Uncool. Also, der ist jetzt der Einzige, der jetzt natürlich keine Ekstase hat. Aber, der ist ja absolut machbar, ja. Der hat ja keine Chance, den Loob. Ah, jetzt wird er gegen attackieren. Ähm. I don't know. Was kann der denn so? Tschüss. Ne, machen wir mal hier. Dragonik. Nice. Ähm. Suppression. War doch das sehr. Suppression. Vielleicht kickt er jetzt aus dem Bild. Das wär cool. Na, wie man merkt, bin ich schon ein bisschen langsam. Ah, ne, den kickt er. Oh, jawoll. So muss das. Sauber. Du, 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 du. Ah. Okay. Ah, der blöde Feuerball, ja. Nice. Ah, nicht. Yeah. Und tschüss. Bei dem wird's jetzt schwer. Schauen wir mal. Ah, doch nicht. Hoffentlich nicht nochmal Kimari. Ich hätt's heilen müssen. Kann er ja mal selber machen. So nicht. So. High Potion. Zack. Wie viel HP hat er? Ich kann jetzt nur noch einmal treffen. 6000 oder so, ne? Nice. Ja, okay. Gut. Den überspringen wir natürlich mal. Der wird nicht reichen. Nice. Okay, passt. Okay. Die müssen mal Lulu eigentlich noch mal ins Team holen gleich. Chance zum Präventivschlag. Na, gute Nacht. Nice. Nice. No juice. Whoa. Der Besist. Okay. 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 Komm. Auf Tidus. Nein. Na gut. Dann holen wir jetzt mal Lulu dafür rein. Wie war das? Eis. Okay. Ich hoffe, das reicht. Oh, shit. Verklickt. Dammit. Jetzt wird er Glück gehabt. Glück gehabt. Zum Glück hat Tidus gekritzt am Anfang vom Kampf. Sind es ja jetzt ein Problem gehabt. Okay. Okay. So. Minus eins. Okay. Okay. Voll gar. Zack. Der Mock, wie er wieder abgeht. Und tschüss. Nicht? Na gut. Auf Feuer. Auf Feuer. Alles klar. Auf Feuer. Alles klar. Alles klar. Damit kann man arbeiten. Damit kann man arbeiten. Damit kann man arbeiten. Au. Wieviel hat er denn noch? Ah ne. Da muss er sich erstmal heilen. Das geht so nicht. Und tschüss. Und tschüss. Nein. Jetzt aber. Tschüss. I told you. That's how it's done. Of course it is. Zuh. Lider. Die. Die du. Die du. Die du. Okay. Die du. Die du. Den zerlegst dann wohl mal. Nice. 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 Eins. Komm. Sehr schön. Ähm. Jetzt aber. Richtige Eis. Da. Da. Eish. Was kann ich auf dem Kink? Ja. Auch wieder top übersetzt und so. Uh. Das wird eng. Das macht ja kaum schade. Ähh. Ja. Dann müssen wir leider abhauen. Schade. Gut. Hey, 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 da kommen wir gleich noch mal Riku rein, statt Tidus. Macht ja nichts. So, blitzgar. Alles cool. So, und Clown. So, dann natürlich wieder Yuna nicht brauchen. So, und weiter. Wie sieht's denn eigentlich aus? Hier ist fair und levelmäßig. Okay, nicht so überragend. Was ist das eigentlich? Achso, das war so ein Grab, genau. Da oben waren wir noch nicht. Da müssen wir gleich mal gucken. So, Tidus-Blix. Ja, macht ja nichts. Okay, Schwarzmagie. Voll gar. Jetzt aber dann mal auf... Nee. Den da. So, der war nice. Und tschüss. Ich hasse Kernspucken. Ernsthaft. Zum Glück daneben. So, jetzt wird's interessant. Eins. Wub, wub, wub. Der braucht immer so eh, wie es immer wächst. Übersprengen. Zwei. Das könnte reichen, jetzt, wenn Tidus wieder dran kommt. Yeah. Oder? Ja, locker. Tschüss. Ist Giftschwert. Supergeil. So, guck mal was. Hier oben ist ja eine Kiste, die wir natürlich übersehen haben. Wie es eigentlich klar war. Meine Lieblings-Homies. Ähm, jo. Tschüss. Ähm, jo, genau. Nächste. Bam, tschüss. Es geht ja ab wie Hölle. Oh, ne. Das war unnötig. Egal, dann tausche ich dich halt gegen Miku. Und klauen. Jetzt läuft das hier wenigstens, ja. So, Kiste, mal gucken. Sicherheitsband. Klingt ja relativ sicher. Gleich mal gucken, was das ist. Na, perfekt. Miku ist ja schon drin. Okay. Ja, macht er X. Bam. So, Blitzkar. Natürlich. Was sonst? Und klauen Blix. That's how it's done. Okay. Hm. Yuna. Ups. Ego. Ron hat echt viel MP. Das ist ja, äh, HP ist ja unglaublich. Jetzt müssen wir wieder da runter, so wie es aussieht. Hm. Gut. Tidus. Puteu. Das ist Aran, okay. Und jetzt Riku. Und klauen. So sieht das aus, ja. Okay. Okay, da runter. Da ist auch der andere Kerl jetzt wieder, wo der nur was kaufen kann. Hm. Schon mal wacker dafür rein. Der braucht auch noch ein bisschen. Tschüss. Oh, tschüss. Läuft doch eigentlich. Jo, Wacker darf jetzt nicht angreifen. Ganz genau. Einmal überspringen. Okay. Jetzt ist die Frage, wie viel hat er noch? Packt auch an das? Ja, ich glaub schon. Nicht wacker. Gimp. Das wird eng. Komm. Glück gehabt. Das ist, wie es ist getan. Natürlich ist es. Gut, Wacker hat er jetzt natürlich ordentlich kassiert. Ähm, stimmt. Ich wollte ja mal gucken, was dieses komische Band ist, was wir da eben bekommen haben. Items. Ausrüstung. Müß nicht ordentlich kassiert. Ja, ich wollte eigentlich mal durchgehen, ganz unten. Oh, ich hätte bestimmt auch einmal nach oben gehen können, dann hätte es gereicht, aber noch gut. Gezeiten, Faust. Shit, wo ist das Ding? Ah, Sicherheitsband. Steinwall, Giftwall. Ja, okay. So sicher ist das jetzt noch nicht. Da unten ist doch Le Shop. Oder zumindest war er da. Hinterhalt. No. Okay, da können wir Wacker jetzt gerade nicht gebrauchen. Der ist noch beinahe zerlegt. Ähm. Erstmal. Hast gar. Okay, jetzt hätte Wacker vielleicht erst auszuhalten sollen. Ne, egal. Gut, dafür kommt dann jetzt Ludo. Die da natürlich erstmal dick Feuer casten darf. Mock auch. Okay, und Ruf. Tschüss. Kein Dauersprung, du fuck. Naja, das war so klar. Okay. Angriff. Du musst erst mal einen High Potion nehmen. Und Ruf. Okay, ähm. Auf Feuer. Sehr schön. Bald keine MP mehr, die Albe. Abwehrhaltung. Sau und cool. Hast du überlebt damit. Es sei denn. Bam. Aus dem Bild getreten. Oh, da hat sie überlebt. Sehr schön. Das wird er also auch überleben. Und jetzt voll egal. Da wird er nicht kontern, glaube ich. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Sehr schön. Sehr schön. Er hat sie zerlegt. Gimp. Ich hätte vor, er verlangsamen sollen. Egal. 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 Der hat noch genug MP, die Albe. Können wir ein bisschen heilen. so. Schwupp. No. Das Shop ist weg. Okay, die sparen wir uns jetzt. La 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 la. Und dann geht's da lang weiter. Ja. Ja, diese Konstellation möchte ich mir eigentlich sparen. Also, tschüss. swatch. Schnach zum Präventivschlag, sehr schön. Truff. Truff. Tip. Burn continuity. So. Truff. Autsch. Truff. So, dann nochmal Schwarzmagie. Und der Mockcast ist wieder... Bäm, hier abgeht. Truff. Wir müssen ihn eigentlich relativ schnell zerlegen. Jetzt kommt er dann natürlich. Oh, Auron kann das ab. Und Vollga. Zack. Könnte reichen. Nein? Na gut, aber das reicht. Bäm. Da konnte er gar nichts mehr. Was ist denn da unten? Gar nichts. Bullshit. Ich muss da hoch wieder. Ah, scheiße. Das war auch nicht. Gut, euch umgehe ich sowieso. See ya. Du, 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 du. Oh, komm schon. Äh. Schon wieder. Tja. Doof, ne? Spart mir mich für die Zeit und Nerven, ne? Ja, Scheiß. Obwohl ich die mit Sicherheit jetzt auch einfachstens legen kann. Da ist noch so eine Teleporter-Plattform gewesen. Und da ist ein Speicherpunkt. Da speichern wir gleich erstmal ab. Zuerst. Tschüss. Oh, nein. Äh, ja. Tschüss. Und Riku. Tschüss. Okay. On saving. Okay. Okay.